Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Anita Niedl Ritzl, ich bin Musikerin und bin zu Hause. Ich melde mich aus meiner Küche und ich bleibe auch zu Hause. Ich bleibe jetzt nicht nur in der Küche, weil sonst welche echt dick werden, aber ich bleibe zu Hause. Und ich würde mir so wünschen, dass wir das auch alle ernst nehmen und auch zu Hause bleiben. Denn es ist jetzt echt eine ernste Situation und wenn wir jetzt nicht alle zusammenhalten, dann was wird dann sein? Bleiben Sie zu Hause, bleiben Sie zu Hause. Ich bin jetzt eigentlich sehr froh, dass ich vor kurzem diese Tafelfarbe da in der Küche aufgemalt habe. Da kann ich mit Kreide immer irgendwas anderes gestalten. Ich möchte Ihnen das vielleicht ganz kurz zeigen. Dann kann ich jetzt zum Beispiel, kann ich da herschreiben, ein Herz, schauen Sie, ist da. Und das kann ich mir anschauen. Aber jetzt, und wenn ich es nicht mehr will, dann kann ich das weglöschen. Ich schreibe da mal ein Danke drauf. Danke. Danke an Sie, dass Sie zu Hause bleiben. Danke an euch Burschen und Mädels, dass ihr daheim bleibt. Es gibt nämlich eh so viele leibende neue Playstation-Spiele. Das verpasst sei eigentlich draußen eh nichts. Das ein bisschen Lernen, das bringen wir runter. Und dann kann man Playstation spielen. Corona-Part, das können wir nachher feiern. Danke, ein großes Danke an all die Leute aus dem Gesundheitswesen, die nach wie vor für uns arbeiten. An alle Verkäuferinnen, an alle Ärzte. Und vor allem auch zum Beispiel in Wien haben wir die MA48. Die MA48 sind wirklich die Tippi-Toppi. Ich liebe die, die Männer in Orange, die sind nach wie vor für uns da. Ich sage es euch, vielen, vielen Dank. Und für alle die, die jetzt für uns da draußen arbeiten, applaudiere ich. Danke, danke. Und weiterhin danke, dass Sie zu Hause bleiben. Und wenn euch fad ist, dann meldet euch bitte bei mir, weil dann schicke ich euch meine Buchhaltung zu machen. Alles Liebe, gesund bleiben. Weil hauptsache gesund, das habe ich schon bei Starmenia gesagt, der Rest ist wurscht. Wir schaffen das.